Wunderschönen guten Morgen! Ich darf euch noch einmal herzlich begrüßen da in Thomasberg auf unserer Sportanlage. Es freut mich irrsinnig, dass heute wieder so viele Starter da sind bei schönstem Wetter. Wir hoffen einmal, dass das so bleibt. Ich hoffe, ihr habt es alle brav zusammen gegessen. Zu uns darf ich euch auf jeden Fall einmal viel Spaß und einen schönen Dreiteltag wünschen. Danke! Werner Bigg薪-Wein Wirjönen Auf Wiedersehen! Wirjönen Erleichter Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Los, wo die Fahrt haben! Los, los! Los, los! Ja! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.